Musik Wir sind ja bereits das zweite Mal hier auf der Küchentrends und als wir gestern hier angereist sind, beziehungsweise am Montag beim Standaufbauen, merken wir schon, dass das eine ganz andere Dimension angenommen hat, als noch letztes Jahr, als wir noch oben im Atrium waren. Und gestern beim Start der Messe war einfach ein Feeling da, das deutlich emotionaler war. Also ich bin überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen, oder wir sind hier überwältigt. Wir haben natürlich nur den Vergleich jetzt zum letzten Jahr, aber alleine gestern, gleich vom Start weg, sind wir fast überrollt worden. Und wir haben hier acht Kollegen hier am Stand, um die Besucherzahlen, die angekündigt waren, auch zu bewältigen und die brauchen wir auch.